Willkommen zurück bei Father & Son Play for Fun und dann schauen wir mal was heute so anliegt. Okay, das kann man machen. Riesenschirmpelze, ja. Oh, da wird ja schon Bären im Hintergrund. Schafgarbe gesammelt, Tonikum hergestellt, ja. Besuch der Person lebendig fotografiert, Steckbrief, Kopfgeld herkommen, egal. Oh, ein Speziallagerentopf hergestellt und mittelgroße Tierkadaver gespendet. Landkarten benutzt, Münzen gefunden, Sammlerstücke gefunden, okay. Sonst mit dem Wagen schwarz geworden. Einrichtung geändert, das schnell erledigt. Und dann haben wir hier betäubte Tiere geweckt, etwas im Wildnislager und ein Tantonikum hergestellt. Ja, dann fangen wir doch mal damit an. So, erste Hälfte intus. Dann gucken wir mal. Saftiges Fischfilet, da können wir das nicht machen. Dann müssen wir ja mal angeln. Jetzt können wir das ja gar nicht schaffen hier. Oh, erstmal den Hund streicheln. Dann gucken wir mal eben. Ist der Bär noch da? Ist doch hier immer irgendwo. Ist doch hier immer so ein Lager und da sind... Ah ja, so, da. Lass mal das Pferd dran pfeifen hier. Das brauchen wir gleich. Ah so, und dann müsste ich jetzt glaube ich erstmal... statt meinem Wechseln... Was war das noch? Da steht der Tropfen. So, das nehmen wir jetzt. Und dann hoffe ich mal, dass auch hier das Pferd gleich ruhiger bleibt. Und wie immer, abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Na, kommt er schon. Da ist er. Ja, aber so kann ich mich schießen. Wenn er zu nahe ist. Wenn er zu nahe ist. Ach, da fällt sowieso nicht. Okay gut, das war jetzt ziemlich dämlich. Ich hätte es wie immer machen sollen, oder? Mal eben hier. Zu meinem klassischen Felsen. Ja, ich weiß nicht, ich bin heute auch nicht so richtig wach. Ja. So, wo ist er? Wo ist denn der Felsen? Was ist der denn immer? Da. Ja. Der geht auch. Oh. So. Jetzt können wir schon mal eben wieder das hier wechseln. Da nehme ich am liebsten Kreuzfeuer. Und dann haben wir den auch schon. Ja, das ging ja dann doch relativ einfach, ne? Ja. Oh, jetzt gucken wir mal. Wie viel Platz haben wir hier überhaupt? Können wir das überhaupt abgeben? Ja, heute Samstag war ja erst arbeiten. Oh. Gucken wir mal gar nicht ab. Also könnten wir abgeben, aber ja Verschwindung hier. Was anders. Oh, wir könnten auch. Das machen wir auch mal eben. Wenn wir das den machen. Wir bauen uns den mal eben rein. Dann bringen wir das Fell mal eben kurz weg und lassen uns dafür die Kohle geben. Und vielleicht sollten wir doch mal in Palaxe angeln. Ach, wir kochen das einfach später. Zum Angeln habe ich jetzt irgendwie keinen Bock. Was habe ich jetzt wieder erwischt hier? Och ja, den kommen wir ja gleich spenden hier. So, dann sollte ich doch irgendwie was sammeln. Oh Mann, was war das denn alles? Da waren irgendwelche Pilze und Schafgarbe. Und Möhren kann ich auch noch gebrauchen. Ich bin ja immer ganz entspannt. Schön den Samstagabend hier. Wollt ihr das auch mal hören? Was ist hier eigentlich? Und was war das denn? Solvay. Aber irgendwie auch immer zu wenig. Keine Ahnung warum. Na, die hab ich glaub ich letztens verkauft, ne? Ja, ja, da sitzt ja dann Serie hier vor, da mach ich schon noch, oh! Das machen wir aber noch. Bisschen träge das Pferd, ne? Oh, das macht nix, das bin ich heute auch. Das finde ich auch. Na, stecken wir uns die Kohle an. Oh, 25 Dollar. Das ist okay. Checken wir das hier mal eben ab. Oh, dann gucken wir mal auf die Karte. Noch Sammlerstücke offen. Okay. Da unten ist noch was. Muss noch zwei Sachen sein, oder? Ah, ja, 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 das ist ja direkt an der Bahnlinie, das kenne ich. Das ist ja der Puma. Gut, dann ist der natürlich nicht mehr perfekt, aber frisst mich ja auch nicht, ne? Oh, da war Schafgabe. Muss man ja auch noch sammeln. Ah, ich liebe dieses Spiel. So schön entspannt nach Feierabend. So was wächst hier. So schön ruhig durch die virtuelle Natur. Wieder nicht auf die Zeit geachtet. Ach ja, das ist ja alles easy. Joa, dann ist hier nichts, aber habe ich nicht noch eine Schatzkarte von der Ecke hier? Da ist es. Wo ich gerade hier bin. Sag ich doch. Komm mal. Die kann ich gebrauchen hier, die Jungs. Die muss ich putzen. Die muss ich putzen. Die muss ich auf die Seite kommen. Aber ich habe gerade aktuell nichts perfektes, deswegen ist es egal. jetzt gucken wir erstmal dass wir hier den schatz finden irgendwo muss er sein also das vibriert hier doch stand in Das ist irgendwie so merkwürdig. Ich finde ihn nicht, das kann doch nicht sein. Oh nein, 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 nein. Da such man ihren Schatz, da wird man ihn überfallen. Das nervt doch. Ach du Scheiße. Wie viele Wölfe sind das? Eins. Das ist ja unglaublich, oder? Unglaublich, oder? Habt ihr sowas schon mal gehabt? Also ich wollte hier in Ruhe eine Runde spielen. Da hab ich hier so einen Stress. Und den Schatz nicht gefunden. So ein Theater hier. Ne, 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 ne. Also das ist hier nichts für mich. Schön entspannen Samstagabend hier. Mal eben eine Runde Red Dead und dann so ein Theater hier. Und den Schatz nicht gefunden. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, aber ich kann das ja nicht liegen lassen, ne. Das geht ja nicht. Ich bin die ganzen Pfeifen jetzt hier weg, die ich da alle erledigt hab. Kann ich die nicht mal in Ruhe looten? Boah. Wie nervig ist das denn? Der Mampfter Schatten da an. So, vielleicht finde ich jetzt meine Ruhe den Schatz hier. Also hier ist wirklich nix. Das kann doch nicht sein. Das vibriert hier wie blöd und ich seh nix. Hier wird's schon wieder weniger. So, bin ich denn so blind? Also ich seh wirklich nix. Und hier vibriert. Und hier vibriert. Da, das kann doch nicht wahr sein. Das hat doch vorhin nicht geleuchtet. Oh, ein Goldbaum. Aber genau ein Goldbaum. Ja dann. Ah. Naja. Vielleicht wird die zweite Folge ein bisschen besser. So, erstmal einen Kaffee. Vielleicht hätte ich mir den auch noch holen sollen. Vielleicht mach ich das auch noch. So, jetzt mal runter damit. Was für Fleisch. Jetzt kochen wir erstmal richtig was hier. Grillen. Beziehungsweise Braten. Ja, es ist mehr Grillen als ein Braten. Ja gut. Na komm. Mach direkt fertig hier. Dann. Ich bin auch hier so oft. Ich bin auch hier so oft. Ich bin auch hier so oft. locker minzer hier naja gar nicht so dann soll ich noch eben tonikum herstellen das gilt doch als tonikum oder die anderen gehen jetzt alle bei ja muss ich hier noch sammeln so jetzt ab nach hause und erst mal spenden das geht so so tonikum hergestellt sieben sachen daher gestellt hat sich hier schon was geändert nee aber ich habe keine lust naja ist da was jetzt machen wir erstmal schluss und dann geht es halt in der nächsten folge weiter ich ruhe mir vielleicht mal kaffee dazu dann wirklich nicht nur sondern da bin ich auch ein bisschen wacher und morgen können wir die 28 tages serie abschließen da gibt es dann wieder richtig was vielen dank für euren besuch abonniert bitte den kanal lasst mir ein like da und schreibt doch bitte was in die kommentare vielen dank und bis zum nächsten mal bei father and son play for fun